guten abend mallorca ja wir werden normalerweise heute mit dem kaffeeklatsch um 18 uhr live müssen verschieben gibt vieles neues zu berichten und wir vertragen das ein bisschen auf nach hinten denn wir sind gleich live oder um ja geplant ist 18 uhr 30 live aus port anradsch mit der übertragung der ankunft der drei heiligen könige das ist ein ja ein feiertag morgen der gefeiert wird aber heute kommen sie schon an morgen feiertag auf mallorca welche unterwegs ist der sollte eben halt sehen dass dann auch seinen einkauf auf die schnelle hinkriegt ja wir sehen uns dann später wieder jetzt nur mein ganz kurzes video ciao bis später